Okay, das heutige Thema ist 8 Dinge, die was ich gerne früher gewusst hätte in Lies of P. Mir fällt aber kein Intro ein, mir fällt nichts ein. 8 Dinge, 8 Dinge, okay, weißt du was, Butler, kick it, Alter. 8 Dinge, 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 9 Dinge, 9 Dinge, 9 Dinge, 9 Dinge, 10 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 At the House of Anini 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 At the House of Anini